Wir fordern Mobilitätenwende jetzt. Sofort die Gefahrungs- und Baustoffung der TVO und der A100. Wir wollen eine Stadt für alle und nicht eine Stadt, die nur auf Autos ausgelegt ist. Denn Klimagerechtigkeit heißt auch den Schutz und den Erhalt aller Wälder zu gewährleisten. Auch wollen wir uns konsequent der Klimakrise etwas entgegensetzen. Klimagerechtigkeit heißt antikapitalistisch, antikolonialismus und vieles mehr. Wir fordern Verkehrswende mit inklusiven und Barrierefreiheit und kostenlosen ÖPNV. und eine ausgebaute und gute Fahrrad-Infrastruktur. Hey, wie blöd! Wir können uns nicht immer mehr kennenlernen. Wir können uns dann auch noch mal auf den Schleifern kommen. Wir können uns dann auch noch mal auf den Schleifern kommen. Evans-Best, privaten Sie eine bestimmte Ahnung. Wir können uns dann auch noch mal auf den Schleifern kommen. Wir können uns dann auch noch mal auf die Schleifern kommen. Vielen Dank.